Am Donnerstag wäre Lady Diana 60 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund wollen ihre Söhne ihr eine ganz besondere Ehre zuteil werden lassen. Die Brüder gaben eine Statue der Königin der Herzen in Auftrag, die an ihrem Ehrentag enthüllt wird. Aus diesem Grund ist Prinz Harry auch schon seit Tagen in London, hat seine einreisebedingte Corona-Quarantäne bereits beendet. Es ist der zweite Besuch des Prinzen seit dem Skandal-Interview mit Oprah Winfrey, das er gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan führte. Seither hängt der königliche Familiensegen schief. Harrys Verhältnis mit der Royal Family soll sehr angespannt sein. Aus diesem Grund werden wohl alle nur auf William und Harry und deren Verhalten achten. Eine gemeinsame Rede sollen sie abgelehnt haben. Ob die beiden sich in diesen Tagen durch ihre Mutter näher kommen werden? Prinz Harry nutzt seine Zeit in London aber nicht nur für die Enthüllung der Statue und um den Streit mit seiner Familie beizulegen. Am Mittwoch beendete der Prinz seine Isolation und reiste nach Kew Gardens in London, um eine Charity-Gartenparty zu besuchen. Dort zu Gast waren ebenfalls die Gewinner des Well-Child-Award 2021, der von Well-Child initiiert wurde, einer Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung von Kindern mit schweren gesundheitlichen Problemen. Prinz Harry ist Schirmherr dieser gemeinnützigen Organisation. Für ihn eine Herzensangelegenheit. Als Vater von zwei Kindern fühle ich mich jetzt umso verbundener, inspirierter und bewundere die Belastbarkeit dieser Familien, die mit der Unterstützung von Well-Child unbeschreibliche Herausforderungen meistern, so Prinz Harry auf der Veranstaltung. Diese Gartenparty fand unter Einhaltung der Corona-Pandemie-Auflagen statt und wurde von Harry streng geheim gehalten, um die Anwesenden zu überraschen, wie The Sun schreibt. Jetzt geht es für Harry zum nächsten Termin, die offizielle Enthüllung der Statue seiner Mutter. Vorab wurde viel über die Beziehung der Brüder spekuliert, sogar von Kommunikationsproblemen war die Rede. Nachdem Gerüchte die Runde machten, Prinz William hätte einen Wutausbruch wegen Herzogin Meghan gehabt, berichtet nun der Telegraph, dass die Brüder sich nach der Enthüllung zu einem privaten Treffen verabreden wollen. Für Prinz Harry steht sicher vor allem die Ehrung seiner Mutter im Vordergrund. Auch der Besuch der Charity-Veranstaltung war wohl im Sinne der Königin der Herzen. Ebenfalls für ihre Mutter werden Prinz Harry und Prinz William sicherlich ihren Streit beiseite legen, um sich auf die Hommage an Diana zu konzentrieren.